Ich würde ja gerne mit meinem Unternehmen weiter wachsen, aber mir fehlen einfach die Leads. Wenn dir das bekannt vorkommt, dann solltest du dir diese Folge unbedingt bis zum Ende anschauen, denn ich werde dir einen schlanken Lead-Prozess für LinkedIn vorstellen, der bei uns zu hunderten Leads in den letzten Monaten geführt hat. Und vor allem werde ich dir zeigen, wie du diesen Lead-Prozess innerhalb von wenigen Minuten mit ChatGBT selber für dich umsetzen kannst. Wie dieser Lead-Prozess genau funktioniert und wie du ihn selber umsetzen kannst, das werde ich dir jetzt verraten. An dieser Stelle möchte ich mich nur ganz kurz für den ganzen Support bedanken. Gerade das letzte Video hat innerhalb kürzester Zeit 1000 Aufrufe geknackt, was mich immens gefreut hat und wir haben einen Riesensprung in Richtung 5000 Abonnenten gemacht, was mich extrem gefreut hat. Also wenn du keine Tipps und Tricks rund um das Thema LinkedIn Marketing und Social Selling mehr verpassen willst, dann würde ich mich über dein Abo freuen und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in die Folge rein. Um dir den Prozess zu erklären, habe ich eine Firma mitgebracht, die wirklich bekannt dafür ist, innerhalb kürzester Zeit auf über 100 Millionen Dollar gewachsen zu sein durch genau diesen Lead-Prozess. Und das ist HubSpot, die wirklich von Tag 1 auf richtig gute Lead-Magnets gesetzt haben, die man sich herunterladen kann. Und du siehst hier eine gigantische Bibliothek mittlerweile von richtig coolen Sachen. Ich habe das Gefühl, bei jedem hätte ich Lust, drauf zu klicken und das runterzuladen. Und was macht man jetzt? Man klickt da drauf und wenn ich hier den Social Media Content Kalender haben will, kann ich den kostenlos runterladen. Und das Gute daran ist, dass ich nicht nur meinen Namen angebe, sondern meine kompletten Kontaktdaten, auch die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer. Und was passiert? Jemand aus dem Vertrieb von HubSpot kontaktiert mich und fragt, ob das Template geholfen hat und guckt natürlich, ob HubSpot uns helfen könnte. Und genau diesen schlanken Prozess kannst du natürlich auch für dein Angebot nachbauen. Das Gute daran ist, wenn du einen richtig guten Lead-Magnet hast, dann lädt deine Zielgruppe sich das gerne runter. Du realisierst oder bekommst mit, wer wirklich Interesse an deiner Dienstleistung hat. Und du hast einen super Aufhänger, um dich per Telefon oder per LinkedIn direkt Nachricht zu melden und nachzufassen. Und das ist wirklich so der schlankeste Prozess, den man bauen kann, um planbare Leads über LinkedIn zu generieren. Große Problem daran ist, dass die wenigsten Leute wissen, wie man einen super attraktiven Lead-Magnet baut. Ich habe wenige in meiner Lebenszeit gesehen, wo ich gesagt habe, hey, da habe ich wirklich Lust, das runterzuladen. Wenn man bei HubSpot scrollt, merkt man, die haben es verstanden. Und ich zeige dir jetzt, wie du einen Lead-Magnet baust, weil mehr brauchst du nicht, den deine Zielgruppe gerne runterlädt. Dafür habe ich wieder ein Dokument erstellt, und zwar LinkedIn Leads mit ChatGBT. Wenn du das Ding wieder haben willst, gerne LinkedIn Leads in die Kommentare schreiben und dann schalte ich dir das Ganze frei. Und Schritt Nummer 1 ist, den Titel für den Lead-Magnet zu finden. Denn tatsächlich ist die Hälfte der Miete der Titel des Lead-Magnets. Und du siehst es schon bei HubSpot, diese Templates, also diese Titel hier, sind das, was dafür sorgt, dass man am Ende das Ganze runterlädt. Und deshalb ist das Ganze so wichtig. Und bestenfalls machen wir es natürlich am Ende, um genau das Problem der Zielgruppe, was wir mit unserer Dienstleistung oder mit unserem Angebot lösen. Ich habe dir ein paar Beispiele mitgebracht, und zwar entwickle fünf Headlines für einen Lead-Magnet, wenn ich mittelständische Unternehmen als Kunden gewinnen will, um ihnen dabei zu helfen, Mitarbeiter und Fachkräfte zu gewinnen. Also wir sind zum Beispiel eine Recruiting-Agentur oder ein Recruiter. Und das spielen wir jetzt einfach mal durch. Oder entwickle fünf Headlines für einen Lead-Magnet, wenn ich mittelständische Produktionsunternehmen als Kunden gewinnen will, um ihnen dabei zu helfen, durch eine neue ERP-Software effizientere Produktionsprozesse zu optimieren. Also das bedeutet, die Formel dahinter ist, wenn ich Zielgruppe als Kunden gewinnen will, um ihnen dabei zu helfen, Ergebnisse zu erzielen. Relativ simpel. Und das packen wir jetzt einfach mal bei ChatGBT rein und gucken, was er für uns zaubert. Und aus dem Augenwinkel hast du gesehen, während ChatGBT sozusagen nachdenkt, dass ich ChatGBT Plus habe. Aus meiner Sicht habe ich das nur gemacht, um mal zu schauen, was die Vorteile sind. Bis jetzt hatte ich die Hoffnung, dass alles dadurch ein bisschen schneller funktioniert. Aber wie du jetzt siehst, ist das tatsächlich nicht so ganz der Fall. Das, was ich dir hier mit an die Hand gebe, funktioniert auch alles mit der kostenlosen Version. Und jetzt müssen wir natürlich das Ganze auf Deutsch machen. Da ist natürlich immer noch so ein bisschen Glücksfaktor drin. Und du siehst, hier sind schon mal ganz gute Sachen dabei. Der ultimative Leitfaden, aber ist mir irgendwie noch ein bisschen zu lang. Packen da noch ein bisschen Neugierde rein. Oh, hier ist zum Beispiel, wie erfolgreiche Unternehmen Top-Fachkräfte erfolgreich anlocken. Wie mittelständische Unternehmen die besten Mitarbeiter für sich gewinnen. Wie mittelständische Unternehmen zur ersten Wahl für Fachkräfte werden. Oh, das ist auch gut. Wie mittelständische Unternehmen durch gezielte Personal zu Branchenführer werden. Wie mittelständische Unternehmen überflügeln können. Wir nehmen mal den hier. Wie erfolgreiche, also man könnte dann am Ende davor Checkliste oder so schreiben, wie mittelständische Unternehmen Top-Fachkräfte erfolgreich anlocken. Hört sich echt gut an. Jetzt kommt nämlich Schritt 2. Und zwar wollen wir jetzt ja ein Inhaltsverzeichnis haben. Das bedeutet, wir wollen natürlich diesen Lead Magnet nicht irgendwie jetzt stundenlang selber schreiben, sondern wir schnappen uns wieder den Prompt hier, also den Befehl und packen jetzt genau das dazu rein, zu dem Titel, zack, zack und lassen ChatGBT wieder für uns arbeiten. Und du siehst, es kommt ein astreines Inhaltsverzeichnis bei raus. Jetzt am Ende sind es 10 Kapitel in dem Fall mit genau den Punkten, den man sozusagen sich schnappen kann. Immer davon abhängig sozusagen, wenn das deine Expertise ist, kannst du natürlich die Schritte sozusagen anpassen. Aber wir haben schon mal was, mit dem wir arbeiten können. Und jetzt wird es relativ cool, weil jetzt kann man eigentlich das hier relativ simpel machen und das schon ein bisschen beängstigend, weil man dann relativ schnell schreibe eine Einleitung genau zu dem Thema vielleicht. Dann kann man genau dieses Thema einfügen, macht hier Anführungszeichen, zack und lässt jetzt ChatGBT die komplette Einleitung schreiben. Das bedeutet, du hättest wirklich auf einer Seite jetzt die Einleitung, mit der du arbeiten kannst. Lead Magnet müsste natürlich sozusagen durch ein anderes Wort, dann ist es ein E-Book oder mit Praxisanleitung, aber das, was ich hier lese, hört sich eigentlich sehr gut an. Und das kann man dann eigentlich für jedes Kapitel machen. Also das bedeutet, könntest hier, schreibe ein Artikel zu dem Thema, schnappst du jetzt, identifizieren sie, oh, das ist vielleicht noch ein bisschen komplizierter. Zack und lässt hier auch noch mal perfekt. Also du siehst, das kannst du jetzt wirklich für diese 10 Kapitel machen, das am Ende Korrekturlesen nochmal, ob das so passt und ob das auch deiner Philosophie sozusagen entspricht. Aber du hast dieses, ich muss ein Lead Magnet bauen und brauche dafür irgendwie 5 Tage, ist komplett weg, weil du wirklich ChatGBT jedes Kapitel kannst schreiben lassen und sichergestellt hast, dass es am Ende einen richtig guten Titel hat. Und damit steht und fällt der Lead Magnet. Jetzt kommt wir zum nächsten Thema und zwar willst du das Ganze natürlich auf einer Landingpage anbieten. Da gibt es alle möglichen Tools da draußen. Vielleicht hast du sogar schon etwas, wo die Leute etwas runterladen können. Da gibt es alle möglichen Empfehlungen dafür. Aber du brauchst auf jeden Fall eine Landingpage, wo die Leute ihre Kontaktdaten eintragen können und du natürlich danach fragen kannst. Und dafür brauchst du sowohl den Titel, das bedeutet, den Titel haben wir ja, den haben wir hier gefunden. Zack, das ist der Titel, das ist der Haupttitel. Und jetzt wollen wir aber noch einen Werbetext dazu. Das bedeutet, auf der Landingpage, du siehst es auch hier, steht natürlich so ein bisschen mehr. Hier steht auch ein bisschen mehr. Und das wollen wir natürlich nicht selber schreiben. Das lassen wir wieder ChatGBT schreiben. Und jetzt gucken wir mal, ob er sich den Titel gemerkt hat. Hier kann es immer sein, dass man nochmal den Titel dazu packen muss. Zack, damit er sich daran erinnert. Zack. Und fertig. Perfekt. Und mir gefällt auch wirklich der Aufbau, den da ChatGBT am Ende nutzt, weil er schreibt, er kommt von dem Problem, schreibt dann, worum es im Leitfaden geht, was da alles drin ist. Hier richtig gute Ergebnisse, die da drin sind. Kostenlosen Leitfaden runterladen, Spitzenreiter, zack, warten sie noch, fertig. Gesiezt, könnte man jetzt in Do-Form zum Beispiel machen, aber jetzt gerade bei mittelständischen Unternehmen ist das, glaube ich, perfekt. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Jetzt haben wir die Landingpage sozusagen online mit diesen Texten und da kannst du natürlich noch weiter spielen. Jetzt wollen wir natürlich die erste E-Mail-Promotion machen. Das bedeutet, wenn du eine E-Mail-Liste hast und dein Lead Magnet fertig ist, wollen wir natürlich eine erste E-Mail dazu rausschicken, dass der jetzt online ist und dass sich Leute den runterladen können. Und da lassen wir doch ChatGBT einfach mal eine E-Mail schreiben, um diesen Leitfaden sozusagen runterzuladen. Man muss sagen, insgesamt wirklich dieser Prozess ist beängstigend, weil es wirklich diese ganzen weißen Seiten wegnimmt. Und ich weiß selber aus eigener Erfahrung, wie unglaublich schwierig es ist, also wie hoch die Hürde ist, so ein Lead Magnet zu bauen, weil man einfach viel textlich häufig machen muss. Und all das sozusagen fällt hier weg. Und er greift so ein bisschen auf, was er auch oben bei dem Werbetext genommen hat, aber das ist kein Problem. Das kann man auch für eine E-Mail perfekt nehmen. Also tatsächlich würde ich wahrscheinlich auch so eine E-Mail sozusagen rausschicken und kann man sozusagen, zack, genau, generiert, fertig. Jetzt fragen sie sich, wie kommen wir an den Leitfaden? Und fertig. Perfekt. Und jetzt könnte man zum Beispiel noch eine Runde drehen und irgendwie kürzer und persönlicher um so ein bisschen, ja, er hat dann immer sozusagen, er hat eine Logik dahinter, aber die E-Mail nehmen wir einfach mal. Und jetzt natürlich bei E-Mails, das große Thema Betreff, also das bedeutet, der Betreff entscheidet natürlich darüber, ob Leute die E-Mail öffnen oder nicht. Und auch das lassen wir natürlich ChatGBT machen. Hab hier sowas mit maximal fünf Wörtern eingebaut, weil ansonsten hat er so ewige Sachen machen. Und jetzt könnte man zum Beispiel das hier nehmen, Top-Fachkräfte gewinnen, oder erfolgreiche Mitarbeitergewinnung. Fachkräfte anziehen und binden ist auch gut. Gewinnen sie Top-Talente, erfolgreiche Mitarbeitergewinnung, die kann man eigentlich alle in den Split-Test schicken. Das bedeutet, E-Mail geht raus. Bestenfalls hast du dann die ersten Downloads auf deiner Landingpage und die ersten Kontaktdaten von deiner Zielgruppe. Und jetzt wollen wir natürlich auch einen LinkedIn-Post dazu machen und sagen, dass unser neuer Leitfaden zur Mitarbeitergewinnung online ist und dass Leute sich das jetzt herunterladen können. Und dazu nehmen wir wieder mal die Headline hier vorne mit. Manchmal merkt er sich das, aber nicht immer. Und gucken mal, was er da für einen Titel sozusagen zu einem LinkedIn-Post macht. So was könnte man perfekt nehmen, ja. Und jetzt kann man mir sozusagen, zack, schreibe mir einen, der dazu den herunterladen will mit der und dann schnappen wir uns einfach den da vorne. Zack, zack, zack. Und gucken, ob er da einen guten LinkedIn-Post gezaubert bekommt. Kann man, also man kann so ein bisschen sagen, die Emojis, aber dann kann man auch sagen, Text, Text, bitte ohne Emojis. Bin ja kein großer Fan davon. Ich glaube, jetzt will er mich auch ärgern. Aber da sind die eigentlich ganz cool bei den Ergebnissen. Und das ist ein astreiner Conversion-Post in meinem Fall. Also in dem Fall, dass man wirklich einfach hinweist, sozusagen, was man hat, schnappt sich sozusagen die Headline davon um und hat einen astreinen LinkedIn-Post. Und dann kann man da am Ende drei Posts draus machen und bestenfalls wirklich nochmal zusätzliche Leads über diese LinkedIn-Post einsammeln. Und jetzt kommen wir zum letzten Schritt, und zwar Werbeanzeigen. Kann man perfekt mit so einem Lead-Magnet schalten. Gibt sogenannte Lead-Ads, wo man am Ende keine Landingpage, nicht mal eine Landingpage braucht, sondern das Ganze wirklich direkt in LinkedIn einbetten kann. Und da kann man natürlich auch mal überlegen, hey, was könnten Headlines für LinkedIn-Ads sein? Und hier siehst du, die könnte man gefühlt alle in den Split-Test schicken beziehungsweise als Werbeanzeigen schalten lassen. Und jetzt kann man natürlich perfekt sich schnappen, hey, schreibe einen kurzen Werbetext für die LinkedIn-Werbung mit der Headline. Und jetzt nehmen wir erfolgreiche, nehmen wir das, denken wir noch ein bisschen selber nach, nehmen wir sozusagen, zack, mit der Headline, zack, und machen hier erfolgreiche Mitarbeiter im Mittelstand. Neuer Leitfaden. Jetzt online. Ohne. Da sind die Emojis raus und die Hashtags. Mal gucken, ob er mich ärgern will. Perfekt. Also, ein bisschen länger darf er sein, der Text. Aber auch da tatsächlich bei den Werbeanzeigen ist der Text das Unentscheidendste, sondern die Headline ist super entscheidend. Sowas könnte man perfekt machen, müsste man ein bisschen einkürzen. 600 Zeichen, glaube ich, hat man. Aber auch damit kann man arbeiten. Und jetzt der letzte Schritt. Wenn du Lust hast, vor die Kamera zu gehen, kannst du natürlich auch ein kurzes Video für die Werbe-, für die Ads sozusagen drehen. Und auch das kann JetGVD dir am Ende sozusagen zaubern, sogar mit wirklich Ideen, wie du das Ganze cuttest. Du siehst, Einblendung des Leitfaden-Covers. Die Probleme sozusagen. Der Sprecher. Perfekt. Also, wenn du eine Video-Ad ins Rennen spielen willst, kannst du das hiermit auch tun. Und du siehst, mit diesem schlanken Prozess hast du wirklich innerhalb von wenigen Minuten sowohl einen Lead Magnet erstellt, der für deine Zielgruppe super relevant ist, weil es einfach ein Problem löst, was sie gerade aktuell haben. Und du hast innerhalb kürzester Zeit deine Landingpage online und kannst dann auf drei Kanälen das Ganze promoten, hast dann die Kontaktdaten und kannst dann bestenfalls mit deiner Zielgruppe ins Gespräch kommen und Kunden darüber erfolgreich gewinnen. Eine wichtige Sache noch, wenn du dir das Dokument sichern willst, dann gerne kurz das Video liken und LinkedIn Leads in die Kommentare schreiben. Und dann schicke ich dir den Link dazu zu. Und bevor du jetzt wegklickst, in der nächsten Zeit plane ich ein komplettes Modul zu dem Thema ChatGPT zu veröffentlichen. Wenn du das mitkriegen willst und als erstes die besten Tipps haben willst, dann kurz unserer kostenfreien Community beitreten. Über 1000 Leute sind mit dabei. Das solltest du dir unbedingt ansehen. Und wenn du die letzte Folge dir noch nicht angeschaut hast, wo ich die Grundlagen von ChatGPT für LinkedIn erkläre, dann solltest du das unbedingt nachholen. Das Video findest du hier direkt neben mir. Also wenn noch nicht geschehen, dann in das Video jetzt reingucken, weil das, was du heute gelernt hast, macht doch viel mehr Sinn, wenn du dir diese Folge auch direkt anschaust.